Oh nein! Fick dich, Luggi! Hallo, ich warte auf euch. Was? Auf der Autor? Deine Witze sind scheiße, Alter. Autor auf Ball und Witze über Bayern haben, du Aschlecker! NIE-MAN- Gieß. Trocknen, ey. propost naming actions Ding dong. Ohne wunderschön. Hakuna meine Tarnas, geil, dass ihr wieder dabei seid, heute wieder LEGENDÄR! Mixed Trollchor, Parcours Mixcon final troll nivel medio. Man kennt ihn gemeinsam, mit Lougui und Deko. Diezie, grüße Euch herzlich. Hey! Kommen, man! Ja moin. Äh, wenn Ihr mich seht, heißt es nichts Gutes, zum Teil. Deko hat mal wieder keinen Game-Sound. Auf der Bonn! Hallo, muchachos! Und herzlich willkommen zurück zu der richtig gesiegenen, geschmeidigen Folge GDA. Lebt euch zurück, holt euer Popcorn raus, euer Essen, euer Getränk, wie auch immer, und freut euch auf das, was kommt. Ey, Junge. Ist schon wieder gut los hier, hallo? Alle erstmal weg, Olga. Ja, Mann, wir kommen dran und wir erstmal fett kuscheln, ey. Ich bin gleich richtig gut drin in dir, Alter, siehst du? Mein gut, mein Start ist gestartet. Egal, ein Auspuff. Was? Mein Tag ist gut gestartet. Also nach wie vor haben wir immer noch nicht die dreitausende Folge, aber ich glaube, es wird wirklich in Richtung... Oh, das ist falsch. In Richtung... Was sagen wir, Deko? In Richtung Neue, ich gesagt habe anfangs an, ich hasse ja prophezeit, Alter. In Richtung Nikolaus wird es gehen, würde ich sagen. War das Nikolaus hier? 6. Dezember, oder? 6. Dezember, korrekt. Das ist ja gar nicht mehr so lange. Ja. Ich sag dir, wir rasieren diese Map auch in... Okay, das könntest du witzig, ja, aber ich finde, das passt eigentlich so. Als Nikolaus-Geschenk... Wenn wir Glück haben, das müssen wir noch kommunizieren, ähm, kommt sogar zu Nikolaus nochmal ein spezielles Video, aber das müssen wir erstmal abklären. Ähm, das ist noch alles in der Mache, ähm, klären wir noch, ja? Nur, dass du Bescheid bist. Das ist ein spezielles Video. Warum steht da 8? Du weißt doch, das ist ein spezielles Video. Ah, auf Pornhub meinst du? Ganz genau. Aber auch noch ein anderes, also das ist sozusagen... Hey, Ma! Das macht doch der gute, äh, der gute Crymax. Ey! Der haut, äh, für irgendwelche Merch-Bestellungen, ich glaube, vom Adventskalender war das, hat der mal... Oh, nein! Ey, fick dich, Nuggi! Hallo! Ja, der war cool. Kamer, ne? Kamer, komm. Ja, was? Hat der, hat der gute, äh, Crymax so ein spezielles Video rausgehauen, was nur die Leute sehen können. Durch einen QR-Code, die, ähm, sich da was gekauft haben. Lol. Und das macht Nuggi dann auch, Digga. Nuggi! Oh, das könnten wir machen, oder? Das Special-Video, was wir gerade machen, was du gerade erzählt hast, das kann man nur gucken mit einem Barcode, den man bekommt, wenn man im Merch-Shop was kauft. Auf gar keinen Fall, Digga. Oh, yeah! Das ist nämlich so ein geiles Video. Das ist so ein geiles Video, das müssen wir auf jeden Fall an alle freigeben. Aber ja, ähm, vielleicht können wir ja irgendwann mal sowas in der Richtung machen. Dekor hat ja schon, ähm, eine Website mit P angesprochen. Vielleicht kann man da ja mal von Nuggi irgendwas, äh, entsprechendes hochladen. Digga, wie, Alter? First try. Wie kommen die Steine rüber, ohne diese Lücke reinzufallen? Hä, da war eine Lücke? Ja! Ich bin auch hier, da war eine Lücke, Alter. Hä, welche? Komm da gar nicht rüber. Aber... Da war eine Lücke? Direkt beim Stein an der Wand ist eine Lücke. Was ist eine Lücke? Habe ich noch nicht gesehen, aber ich bin immer entmoutet. Ach hier, lol! Digga, das habe ich nicht mehr mitbekommen. Einfach first try, Brudi. Ja, ich bin erst zweimal reingefallen. Ich mach's nochmal. Diesmal zeige ich dir, wie das geht. Ja. Hier, Deko. Guck. Okay, mach. Ja, zeig. So, ja, guck. Ja. So? Ja, ich guck. Ja. Okay. Ja, geht doch, Digga. Mach's, Digga, easy. Einfach gegen die Wand, oder was? Einfach gegen die Wand. Geht doch, ey. Geht doch. Ja, hä, voll easy, Alter. Ich weiß gar nicht, wo der Problem lag. Muchachos haben dein Outfit übrigens. Ey, Junge, komm wieder! Dass du so ein rosa Oberteil hast mit Bayernhut und, was war das, Boxershorts? Ja, Boxershorts. Hey, guck doch neben dich, Junge. Ja, Brudi, Alter. Und Anzugschuhe dazu. Und Anzugschuhe. Ist das eine Herzboxershorts? Ja. Und die Herzen sind genau im gleichen Pink oder Rosé wie der Brudi. Stark, oder? Ja, es wird immer wieder Zeit für Witze. Gib mir mal ein Thema vor, dann suche ich nach bestimmten Witzen. Bayerische Witze. Bayerische Witze? Auf Bayerisch vielleicht auch, Alter. Witze auf Bayerisch. Jetzt geht's los. Nein, ich will nicht Witze auf Bayerisch, ich will Witze über Bayern. Erstmal Witze auf Bayerisch, ja, also. Kalt ist geworden. Eichkatzr am Baum eingefroren. Auftaut obek haut. Loll, das ist ja einfach gewesen. Das war's übrigens. Harsel liegt im Gras, ganz Stadt. Kopf akhmat. Oh mein Gott! Auch er lacht. Exakt macht. Ey, ich war da oben. Wie? Ich war da oben. Hallo, ich lese gerade Witze vor. Oh, hallo. Digga, deine Witze versteht eh keiner auf Bayerisch, Alter. Was sagst du denn so? Jamai, am liebsten Paulaner. Was? Die fünf unlustigsten Bayernwitze einer KI. Jetzt wird's doch interessant, oder? Wie heißt ein Bayer mit einem Fahrrad? Ein Radler. Was sagt ein Bayer zu einem Veganer? Hallo, ganz kurz. Jeder Mensch mit einem Fahrrad ist ein Radler. Ja. Was sagt ein Bayer zu einem Veganer? Ähm, willst du weiß, wo es zuzündet? Oh, du bist mir Reiswaffe. Reiswaffe. Okay, Nummer drei. Wie nennt man einen Österreicher mit einem IQ von 100? Deutschen? Ein Hochbegabten. Hä? Achso. Oh mein Gott. Warum tragen die Bayern Lederhosen? Digga, egal was ich mache mit meinem Licht, Alter. Ich hab so ein Krisseln vom Greenscreen im Background. Warum, Alter? Ey, was hab ich hier für ein Publikum, ey? Ich hab hier die unlustigsten Bayern mit seiner KI. Und auf Bayerisch will ich Witze über Bayern haben, du Aschbiker. Wolltest du nicht die Witze sogar auf Bayerisch haben? Hier. Ich hab gesagt, ich will Witze über Bayern haben. Warum tragen die Bayern... Ich hab mir Witze auf Bayerisch. Das, was Diko haben wollte. Warum tragen die Bayern Lederhosen? Weil sie sonst nackert wären. Nackert? Okay. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. So wie jeder andere Mensch auch. Ah, ah, ah. Wenn er keine Hosen trägt. Habt ihr jetzt endlich den Shit? Wir sind schon weiter, ja. Ja, wir sind weiter. Hier, bayerische Witze. Vielleicht da nochmal das, was Diko haben wollte. Das hört sich schon wieder an wie Witze auf Bayerisch. Und nicht Witze über Bayern. Man muss ja gar nicht so schnell fahren, lol. Ich dachte, man muss ja schnell fahren. Okay. Ja, gut, dass wir das geklärt haben. Und ich bin immer wieder froh, dass ich so ein wunderbares Publikum hier habe. Ja, hättest du auch vielleicht mal einen guten Witz vorlesen können, Alter. Einen nur, Marvin. Einen. Es muss doch einen Witz über Bayern geben, der lustig ist. Gibt's noch ChatGPT? Gibt's den noch? Gibt es Witze von Mario? Ich hab heute ChatGPT. Du kannst mittlerweile Plugins installieren in ChatGPT. Diko, frag jetzt ChatGPT. Es gibt ein Plugin, um ein Video zu nehmen und dir das Video von ChatGPT zusammenzufassen. Also du kannst zum Beispiel ein Tutorial oder irgendein Infovideo über ein Thema, was dir gefällt, nehmen, das bei ChatGPT den Link einkopieren und ihm sagen, er soll eine Zusammenfassung geben. Und dann gibt's ein weiteres Plugin, das heißt Notes. Damit kannst du dir aus diesem Skript, das dir ChatGPT gegeben hat, Karteikarten geben lassen, damit du das lernen kannst. Okay, was ist, wenn man ChatGPT dieses Video geben wird? Was wird da rauskommen? Dieses hier? Was wir gerade machen? Ja. Ich glaube, das kann ich nicht erkennen, weil wir so komische Sprache haben. Ja, jetzt möchte ich aber den besten... Ich glaube zum Beispiel 12-tittige Hotenspinne würde ChatGPT nicht erkennen. 12-tittige Hotenspinne. 12-tittige? Du musst das aber auch gut aussprechen, damit er das erkennen kann. 12-tittige Hotenspinne. Und du musst es vielleicht auch so sagen, damit der YouTube-Algorithmus das hört und es richtig downrankt. Perfekt. Aber jetzt möchte ich erstmal den besten Witz gegen Bayern von ChatGPT von dir erfahren. Von mir? Ja. Nein, du musst es machen. Wieso ich, Digga? Ja, weil ich raus haben muss, aber kein Zaubermenü an habe und deswegen nach zwei Minuten rausfliege. Wir fahren schon mal weiter, ne? Ich hab... Ich muss Nuggi einholen. Hör auf. Ey, ihr wartet jetzt, ja? Ja, wir warten. Nuggi ist weiter nach vorne getriertet. Wir warten. Hey, Deko, wir warten. Ich kann ihn... Ich muss ihn aufhalten. Komm, Deko, wir warten. Er beeilt sich extra. Deko, wir warten jetzt. Nuggi! Hör auf, Deko, wir warten. Ah! Du Wicker. Du Wicker, Wicker. An der letzten Ecke habe ich ihn erwischt, ey. So, Marvin, was ist jetzt mit ChatGPT? Wo ist der Witz? Der beste Witz von ChatGPT. Warum tragen Bayern immer Lederhosen? Nein, das ist wirklich so. Weil die Kuh um die Eck keine Taschen hat. Hä? Die Kuh um die Eck. Natürlich, ich erkläre es gerne. Die Pointe des Witzes bezieht sich auf die traditionelle bayerische Tracht, die Lederhose. In vielen humorvollen Darstellungen werden Bayern manchmal als ländlich und traditionell dargestellt. Die Frage, warum tragen Bayern immer Lederhosen, impliziert, dass es eine Art seltsame oder unerwartete Tradition ist. Die Antwort darauf, weil die Kuh um die Ecke keine Taschen hat, ist eine humorvolle Erklärung. Sie spielt darauf an, dass die Lederhose als Kleidungsstück praktisch ist, um Dinge wie Geld oder Schlüsse zu verstauen. Die humorvolle Wendung besteht darin, dass die Lederhose notwendig ist, weil man in der Nähe einer Kuh ist. Und Kühe haben natürlich keine Taschen. Also muss man die Dinge in der Hose verstauen. Es ist im Wesentlichen ein Wortspiel, das auf traditionelle Klischees über Bayern abzielt. Das ist doch stark. Sagen Schätschiepettin, der war nicht gut. Erzähl mir noch einen. Jetzt hab ich extra so geschaut, dass du mich nicht wegflicken kannst. Warum trinken Bayern keinen Tee? Weil sie schon einen Tee haben. Weil die Bayern Angst haben, dass sich jemand mit dem Löffel in der Tasse beim Rühren verletzt. Okay, willst du das nochmal erklären lassen? Ich hab keinen Bock mehr, Alter. Ich hab keinen Bock mehr. Okay, es wäre auch nur zu schön gewesen, wenn uns ChatGPT als neuer Witzeautor irgendwie was bringen würde. Eieiei, ihr seid jetzt schon weitergefahren, hab ich verstanden. Nein, das bin ich. Wir halten uns die Gegendheitlich auf. Okay, also wir können schon mal festhalten, man sollte ChatGPT nicht nur nach Witzen fragen, weil die wirklich zu scheiße sind. Weil ich sagen muss, dass die jetzt auch nicht schlechter waren, als die Witze, die wir davor vorgelesen hast. Hallo, das würde ich so nicht sagen. Obwohl auch immer du die Witze eher hattest, ob die nicht auch einfach mit dabei einfach sagen, ChatGPT gibt mir Bayern-Witze, ChatGPT gibt mir Witze über Frauen, ChatGPT gibt mir Witze über Mütter. Oh, ich hätte gern mal, warte mal, wenn ich nach dem... Wir bauen eine neue eigene Witze-Seite auf und alle Witze kopieren wir einfach von ChatGPT und nennen die beste Witze 2420.de. Und dann machen wir mit den Klicks, machen wir Werbung. Aber du darfst ja leider keine schönen Witze machen. Leider ist ChatGPT ja noch so, dass er so auf bestimmten Werten basiert. Das heißt, du kannst schon mal keinen schwarzen Humor da einfügen, oder? Das, man kann ja sagen, ChatGPT, tu so, als hättest du schwarzen Humor. Digga, wie fahre ich denn? Zum dritten Mal fahre ich hier einfach raus, Alter, weil ich einfach schnell schnell mache. Also vielleicht geht sowas. Man kann diese ganzen Sachen, die diese Sperren da sind, habe ich zumindest irgendwo online schon mal gesehen, kann man es umgehen, indem man denen sagt so, tu so, als hättest du, oder irgendwie solche Geschichten. Please, ich bin trocken, ey. So, jetzt aber hier, mal ganz chillig, ganz entspannt. Ist irgendwie GTA-Modus aktiviert? Ja, okay. Digga, der ist da erstmal. Loll. Digga, machen wir den, Alter. Nee, ich fahre jetzt weiter. Okay, okay, ich mache jetzt einen Trout. Ich bin immer noch bei den Witzen. Ich versuche, den letzten Witz noch zu verstehen. Irgendwas mit einem Löffel war das. Ich weiß auch schon wieder nicht mehr. Meinst du, den versteht nur irgendwie so Deep Learning Maschinen? Vielleicht, weil die, wir stehen ja bei anders. Mit Chargers und die Kommentare, vielleicht habt ihr einen Witz ja verstanden. Worauf zieht der zweite Witz ab? Aber ich finde die Erklärung der Witze auch so richtig trocken, Alter. Ja, es ist, was willst du erwarten? Es ist halt einfach, es ist halt ein Bot, Alter. Ich finde es aber irgendwie geil, ey. Was für eine krassen Zeit wir eigentlich leben, ey. Genau das meine ich so. Alle sagen so, boah, krass, was für eine Zeit wir leben, Digga. Boah, krass, KI und sowas. Und dann sieht man die Ergebnisse und denkt sich so, hm, ja, naja, okay, die Witze waren es nicht wirklich gut. Aber krass, was für eine Zeit wir leben. Ey, aber allgemein Witze sind doch super subjektiv. Also, wenn ich bei Mario Barth oder all deutschen Comedien sehe, über was für Witze da gelacht wird, denke ich mir so, what the fuck, Alter. Das ist ja null witzig. Aber halten die nicht auch Schilder manchmal hoch? So von wegen Lachen. Lachen. Ja, oder Klatschen. In irgendwelchen Aufzeichnungen vielleicht manchmal, ja. Echt, ist das noch so? Ja, natürlich. Aber ich habe letztens das Programm von Mario Barth gesehen, das aktuelle. Und? War gut. Sehen müssen, muss ich sagen. Ist eigentlich das gleiche wie vorher. Immer irgendwas Frauengebirge? Es sind alles, es sind neue, es sind neue Situationen quasi, in denen er sich über seine Freundin lustig macht. Aber es ist halt immer noch lustig machen über Frauen und Freundinnen. Achso, okay, ja. Hör was? 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 Hallo, ist das hier? Ey, ich kann da nicht rausspringen. Wie habt ihr das hinbekommen, ey? First try, Alter. Als ob du es direkt geschafft hast, Lawrence. Ja. Ich habe dich entklarvt. Oh! Auf jeden Fall kann ich mit super vielen Witzen überhaupt nichts anfangen. Also ich bin wirklich, ich bin schwer zu begeistern. Und ich frage mich immer wieder. Ich muss sagen, ich finde mittlerweile, ich gucke mir sehr gerne auf Netflix die amerikanischen Comedyprogramme an. Ja. Das ist nochmal was anderes, ja. Oh, lol. Du fickt. Jim Jeffreys oder, ähm, ähm, wie heißt der richtig kranke Typ? Oh ja, Junge. Oh, warte, das muss ich kurz, ich muss kurz rausgucken, ich muss kurz nachgucken. Ich darf alles nochmal neu machen, ne? Danke dafür. Danke für nichts. Das musst du alles nochmal neu machen? Ja. Alter, du arme Socke. Äh, His Dark Material ist, äh, Jimmy Carr. Jimmy Carr, His Dark Material ist fast, also mit das böseste Comedyprogramm, was ich jemals gehört habe. Der macht sich über jeden und alles lustig, Alter. Über, 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 über Homosexuelle, über Behinderte, über Kinder, über, über alles, Alter. Oder, es ist einfach, es ist richtig gut, ey. Bei mir gibt's keine Tabus bei Witzen. Ja. Es kann richtig unter die Gürtellinie gehen, wenn man weiß, was eben Witz ist, oder? Aber es ist halt englisch, man muss halt irgendwie englische Humor, oder englische Witze verstehen können. Aber es ist richtig gut. Und auch Jim Jeffreys, Alter, der hat so ein neues Programm, High and Dry. Er trinkt kein Alkohol mehr, aber dafür kifft er jeden Tag. Und macht sich darüber auch lustig, ist richtig geil, ey. Aber Jim Jeffreys finde ich allgemein ziemlich gut. Ist das der Dunkel, äh, der, der Pigmentierter? Nee. Alter, egal, der Jim Jeffreys ist irgendwie ihre oder sowas, ey. Ach so. Du meinst wahrscheinlich Kevin Hart, ey. Das kann gut möglich sein, ja. Von dem gibt's heute auch dieses komische Meme. Ja, das ist Kevin Hart. Es gibt aber, also Kevin Hart finde ich geil, und der hatte damals auch eine Show, auf MTV heißt der nochmal, wo er so einen Crackjack hier gespielt hat. Äh, Ricky, Ricky Jarvis finde ich auch geil. Wie heißt der denn, dieser Typ? Ja, denn. Der hatte, wie gesagt, der hat auf MTV damals auch eine Show gehabt, da hat auch so einen Crackjack. Crack-süchtigen gespielt, mit so einem weißen Mund auch. Wie Joko und Klaas eigentlich, damals. Aber die haben sich jetzt auch schon wieder, würde ich sagen, voneinander getrennt und sind jetzt eigenständige Personen. Sie haben sich gestritten. Wer? Naja, Digga, ich weiß aber, wie ich dich auskonterte, ey. Digga, ich muss mich selber, ich hab mich selber ausgekontert. Nein, ey. Ey, ey. Warte, ey. Warte, was? Voll Deko-Typ. Scheiße, ich bin auch untergefallen. Ich bin genau, genau an dem Knick bin ich auch, hab ich auch verkackt. Aber ich bin aufs, ich bin aufs Dach gefahren. Deswegen kam ich gerade dir wieder entgegen, weil ich wollte ja nicht drehen. Ey, wie kommen wir da denn verkacken, Alter? Digga, bei dem Knick. Was für ein Knick? Habt ihr einen Knick in der Linse, oder? Digga, auf jeden Fall. Ja, der Knick in deinem Arschloch, Alter. Habt ihr... ...warten auf die Augen. Dave Chappelle. Dave Chappelle, Dankeschön. Digga, aber Dave Chappelle ist doch keine komische Comedy-Figur von Kevin Hart, Alter. Nein, das ist einfach nur ein weiterer Comedy-Man. Der hat ja damals eine MTV-Show auch gehabt. Das wollte ich doch nur. Du musst auch sagen, ich fand den auch nicht richtig lustig. Nein, Dave Chappelle, den finde ich eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Ich fand, als er noch diese Show hatte. Der damals. Aber da war viel lustiger Kram dabei. Ja, toll. Ich habe jetzt neuere Programme von ihm gesehen, zwei Stück oder so, glaube ich, waren das. Oh, das weiß ich nicht. Die fand ich echt nicht so gut. Das kann ich nicht sagen. Aber meine Erfehlung, Muchachos. Jim Jeffries, Ricky Jarvis und der Typ, der ich wieder vergessen habe, Jimmy Carr. Also wirklich, wenn ihr auf dunklen, dunklen Rohr steht, Alter, Jimmy Carr ist euer Messias, ey. Ja, wie springt ihr, macht ihr einen Flip oben, oder was? Nee, du musst doch hier nur reinspringen. Du musst da nicht irgendwie Attacke machen, sondern nur hier rein. Ich muss da keinen Board reinmachen. Nein, einfach nur. Ciao, Nogi. Ja, ich bin zu langsam leider gewesen. Also, schon mal zu schnell gewesen. Dankeschön. Scheiße. Obvious, Nogi, obvious. Ja, dann versuch's nochmal. Wir kennen die ganzen Tricks. Hallo? Hey, hier hast du verkackt. Wo hast du denn hier verkackt, Bruder? Ja, ich bin in der dunklen Röhre, bin ich einfach zu langsam nach oben gefahren, weil ich wissen wollte, was da kommt. In der Schmutzröhre, meinst du? Aber schaffst du das, Nogi? Ja, natürlich. Warte, er schafft das auf jeden Fall, ich helfe ihm. Na, warte, ich helfe ihm ja auch, ja. Was kommt denn danach noch? Ach nee, wir müssen oben springen. Äh, nichts? Lol, oh Junge. Ich wollte dir helfen. Ich wollte dir helfen. Ja, das stimmt, das stimmt. Du musst aber echt... Warte mal, jetzt musst du da auch wieder reinspringen, ne? Leck. Es könnte sein, dass du dich ein bisschen überdrehst. Du musst da oben abspringen. Ich kann sich gerade überdrehen. Diko, oben abspringen. Du musst da nicht wieder zurück. Hä, ich bin zu Nogi, Junge. Warum? Geh doch nicht auf die Eier, Alter. Hallo, ich warte auch auf euch. Ja, was? Auf der Autor? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, shit. Liebe ist, mich über die Sprachfieder von anderen lustig zu machen. Gerade weil Diko nie welche macht, deswegen das ist... Deswegen darf ich das, weißt du, das ist wie... Wie Behinderte dürfen Witze über Behinderte machen. Können wir mal bitte so ein Neem einblenden von Diko? Ich darf Witze über Leute machen, die irgendwelche Sprachfieder haben, weil ich auch ständig irgendwelche mache. Was ist das? Aber nur die Leute, die das auch fühlen und der gleichen Zugehörigkeit angehören, ja, die dürfen darüber Witze machen. Ja, sonst andere nicht. Die werden die Kästchen. Perfekt. Nogi, du hast es, geht's set, Alter. Thank you. Jetzt hole ich dich, Alter. Jetzt hole ich dich. Nee, schaffst du nicht. Ups. Leute, ab jetzt Tryhard, ja? Ab jetzt Tryhard, du, Alter, schon... Ja, genau. Guck mal nach oben in die Luft, Alter, was da noch alles kommt. Tryhard zu Dudo. Wie haben euch bisher die Witze, die wir in dieser Folge gedrofft haben, gefallen? Schreibt das mal gerne in die Kommentare. War das bisher der geilste Scheiß? War das die beste Folge ever? Ja, denke ich, der größte Witz ist immer noch zwischen Marvins beiden. Weil es so riesig ist. Exakt. Digga, bleib doch stehen. Wir machen hier Tryhard 2, ey. Ich hab hier einfach weiterfährt. Zero fucks were given. Ja, was denn jetzt? Komm doch nicht, Mogi. Ja, ich bin auch schon auf dem Weg. Dreh dich doch nicht da. Ach, ich doch nicht. Du, weil das einfach gebaut ist. Was muss man da oben machen? Koralle, Koralle, Koralle. Reinsprung. Okay. Komm hier, wie eng, komm hier. Okay, jetzt los, 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 los. Ramm erlaubt, Ramm erlaubt. Ramm erlaubt. Nein, scheiße. Was für Ramm erlaubt, Junge? Hol ihn dir. Hol ihn dir, Tiger. DMX. Lol. Digga, Marvin, du Schwanzkrabscher, Alter. Hä? Er wird erstmal ein richtiger Rückzieher, macht der Lachs, ey. Ja, natürlich, weil ich smart bin, ey. Aha, Dekor, ey. Ja, wer kann denn hier gerade ausfahren? Ja, ja. Ja, ihr nicht, oder was? Scheiße. Ja. Ach, scheiße. Was kommt da, was kommt da? Ach du scheiße. Oh, geil. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Oh, oh, oh. Oh, ey, ey, du bist so eine Ratze, Alter. Aber du musst da hin, ne? Du musst wieder zurück. Hä? Null. Oh, scho. Oh, nun, die hat's geschafft. Nein. 2 gegen 1. Ey, du hast so lange, du hast dich so sehr gegen den Troll gesträubt, dass es lange gebraucht hat, dass ich Nucke nicht mehr treuen konnte. Du bist selber schuld. Oh, nein, ihr müsst da zur Seite. Fuck, ey. Nein. Das könnt ihr euch jetzt das Leben schwer machen. Nein. Na komm. Nein. Nein. Willst du mich auch in den Punkt? Nein. Komm in den Punkt. Komm in den Punkt. Komm, Nugi, hol ihn dir. Warte, ich muss nochmal respawnen. Könntest du doch einmal Marvin holen? Tryhard-Duell. Tryhard-Duell. Hol ihn. Nugi, hol ihn doch. Wie lange nötig hast du denn? Hol dir Marvin, Junge. Hol dir Marvin. Mein Deku-Tryhard ist übelst hart nach vorne, aber sowas von. Ich bin einen Punkt nach vorne gefahren jetzt, Alter. Ey. Los, 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 los. Geht auch weg da. Aber so macht man das. Ja, wie macht man das? Ja, ich hab's wenigstens. Oh, Junge. Wie warst du wenigstens? Oh, nein. Ah, nein. 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 Ich hab verkackt. Ich hab verkackt. Ich hab verkackt. Warum hast du nur verkackt? Ich bin erst hier. Lol, ihr seid noch weiter? What the fuck, ey? Oh, mein Gott. Wo bist du? Lol. Wie Marvin, wie ich träum, wollte er in die Bremse reinführen. Ich hab's. Oh, mein Gott. Digga, scheiße, Nugi hat's. Ich hab's. Nein, ich springe schon wieder zu weit zur Seite. Ey, ich kann das nicht, Alter. Yes. Ich komme jetzt. Tryhard-Duell. Wir sehen uns im Ziel, war das, ne? Oh. Oh, Mami, du machst es doch mal. Nein. Auf gar keinen Fall, wir haben mich. Rassier dich, Arm-Kar. Digga, jetzt komme ich hier nicht hoch, ey. Nein. Nein. Loll. Was ist das denn? Digga, ich komm, ey. Ey. Auto, fahr ich mich nicht. Hä? Was müssen wir da machen? Was müssen wir da machen? Ah, Leute, ich versteh's. Ich hab's verstanden. Ja, ich hab's verstanden. Easy. Super easy, super easy ist das. Warte, wir müssen Deko nochmal voll wegballern, das ist hinter uns, warte. Nein, 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 nein. Oh. Nein. Oh. 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 Ja, die Weltgang war zu schwach. Oh mein Gott. Ich hab den ersten Punkt. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Den ersten Ding, den ich hab hier. Ja. Nein. Hä? Hä? Wie geht das? Ich seh nix, ich seh nix. Nein. Warum krieg ich den doch mal? Warum? Äh, was muss ich machen? Ah, okay, jetzt versteh ich, wie's gehen soll. Voll einfach. Aber nur gerade, oder? Ja, wenn du gerade bist, dann ist es einfach, ja. Ey, ey, ey. Ey, Junge, warum kommt ihr alle auf einmal? Ja, nein, ey, ey. Wir müssen Deko runterorgeln. Wir müssen Deko runterorgeln. Der kommt hier eh nicht mehr hin, Alter. Los, kick ihn runter, Marvin. Ja, mach ich. Ey, ey, ey. Sobald er hier ankommt, kick ich euch runter, ey. Okay, jetzt ram ich ihn weg. Du musst nur gerade fahren, oder? Nur gerade fahren, ja. Nummer 8. Nummer 8. Ja, mein Gott. Yes. Hä? Digga, wie? Wie? Digga, du wirst zur Seite, nach hinten gedingst wieder. Digga, kannst du mal aufhören, da aber zu bleiben und nicht zu respawnen, du mieser Arsch, Vicka? Ey, Marvin hat geschummelt jetzt. Hä, wie? Ich bin ganz normal gemacht. Nein, hast du es nicht? Ich weiß doch nicht, du hast das Moses-Ding drauf. Marvin, geh weg. Wie geht das denn? Marvin hat geschummelt. Hä, ich hab's schon wieder genauso gemacht. Ja, du schummelt. Du bist einfach hochgefahren, das ist falsch. Guck mal, wie hat Nugi? Du wärst nach hinten gedingst auf das Moses-Ding und dann bist du wieder. Er hat einfach geschummelt. Marvin hat einfach geschummelt, weil er nicht gespawnt hat, Alter. Weil er einfach immer drin geblieben ist und dann wieder neu angefahren ist, ey. Ich wurde von euch hochgekickt, ja? Wurdest du nicht? Einmal von Nugi wurde ich da berührt? Du hast das doch gerade bei mir gemacht, Alter. Du bist da rausgefahren, selber. Ich weiß nicht mal, was da passiert ist, ey. Nee, egal. Dieser Kleine und der... Ich erklär's gerade, aber ist das egal. Erzähl, 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 erzähl. Was da passiert? Nein, was? Du hast geschummelt, das ist passiert. Hä, warum hab ich hier geschummelt? Weil du nicht auf dieses Moses-Ding draufgesprungen bist. Hä? Aber muss man da drauf? Ja. Ja, muss man. Ey. Lass das doch! Okay, Marvin schon mal Boxershorts, aber er seh wieder nicht ein, weil er keinen Fehler gemacht hat. Nein! Was ist das? Ups. Ich sag Marvin Boxershorts, aber Marvin wird sich einsehen, weil er keinen Fehler gemacht hat, deswegen... Hey, ich hab keinen Fehler gemacht. Ja, siehst du's eigentlich, ja? Ich hab keinen Fehler gemacht. Ich krieg keine Boxershorts, auch. Ich wurde von euch... Diese Moses-Heile da waren zur Dekoration, oder? Ich wurde von euch da hochgekickt, ja? Ihr habt mir geholfen. Wurdest du nicht? Wir haben zusammen im Team gearbeitet. Du hast das erste Teil, das du gemacht hast, als ich da war. Ich hab dich nicht hochgekriegt. Du bist da hochgefahren, bevor ich überhaupt in diesem komischen Becken drin war. Aber dann hab ich's doch eigentlich nur besser gemacht als ihr, oder nicht? Nee. Du hast die Hälfte weggelassen. Ja. Die Hälfte... Du hast nur 50% von 100% erreicht. So wie in der Schule damals. Ah, ihr kleinen Geier, jetzt sind wirklich jedes Ziel, ey. Es ist jedes Mal das gleiche, Alter. Marvin lässt irgendwas aus, schummelt, Alter. Und ist erster. Nein, ich hab keinen Fehler gemacht, das war so gedacht. Ich hab leider nichts gesehen. Ich hab das doch besser gemacht, oder? Also eigentlich hab ich das ja sogar... Hab ich das sogar mehr geleistet, als hier. Nein, nein, nein. Warum ist hier am Ende noch so ein Scheiß, ey? Oh, nein. Oh mein Gott. Komm, man muss nach unten, ne? Sorry. Nein, nein. Komm. Ey, ich hätte das verdient hier, als Nummer eins hier rauszugehen. Der einzige Grund, weshalb du erster bist, ist, weil du die Hälfte meines Scheißdinger weggelassen hast, Alter. Der Hälte, ey. Warum ist der Hälte so krass? Ja, hä? Weil du deswegen erster wirst. Äh, ich weiß noch nicht. Und dann auch noch sagst, du hast es verdient, obwohl du erster bist, weil du geschummelt hast. Boah. Dieser Lecksnacken, ey. Er, oh mein Gott, er fällt einfach ins Ziel. Und er könnte es sogar machen, wenn er willst, ne Boxershorts tragen würde dafür. Hatte ich sogar die ganze Zeit. Hattte ich. Habe ich, habe ich, habe ich. Ehrlich? Ja. Na, hat er nicht. Okay, dann würde ich es dir nicht gehen lassen. Hattest du die ganze Zeit Boxershorts. Hattest du eh nicht. Hattest du eh nicht. Hattest du eh nicht. Das war nicht eingesehen, trotzdem nicht, aber ich habe mir die Scheiße trotzdem aufgesetzt. Okay, dann bist du, naja, erster geworden. Aber unverdient. Digga, wo ist der jetzt Nuggi eigentlich? Ja, warte, ich bin gerade hier oben hochgefahren. Woher wusstest du, in welches von den Dingern hier hinten du reinspringen musst? Es war geraten. Ich habe einfach das genommen, was am schwierigsten war. Also das unterste oder was? Loll. Das müsst ihr dann herausfinden. Da werde ich nichts sagen. Ey, sag schon mal, das unterste ist es nicht. Oh man, Junge. Warum? Hä? Nimm das unterste. Nein. Was ist ein Nuggi eigentlich? Der ist bei mir jetzt. Der ist jetzt hier. Deswegen habe ich ja gesagt, nicht das unterste. Loll, ich bin drin. Wir sehen doch ganz klar, dass du nicht drin bist, ey. Mann! Es ist blau. Ich habe keinen Plan, ob es unten ist oder Mitte? Es ist blau. Er ist doch oben. Ich kann euch eine Sache sagen, Mitte ist es nicht. Denn es ist blau. Warst du schon oben drin? Es ist unten oder oben, das kann ich sagen. Ich spring einfach rüber. Scheiße! Es ist wahrscheinlich ein Troll. Wahrscheinlich ist es einfach wirklich oben drüber springen. Richtig, richtig geil wäre es, wenn es jetzt die Mitte wäre, ne? Es ist die Mitte, lol. Es ist echt die Mitte, Alter. Lol. Oh Mann, ey. Wie geil. Oh, Nuggis Erster! Ich bin schafft, Junge! Eiskalt, Alter, Nuggi! Siehst du mich, Nuggi? Siehst du mich? Oh, geil, ey. Okay, also bin ich Erster. Lol, nicht erst. Oh, aber der kommt da hoch. Er ist da wirklich hochgekommen. Hätte ich nicht gedacht, muss ich sagen. Hätte ich auch nicht gedacht. Applaus für die beiden Dudes, die nicht geschummelt haben. Ja, ich würde sagen, wir teilen uns den ersten Platz. Und Marvin kriegt nur eine Teilnehmerurkunde. Nee, nee, nie beendet. Sagen wir doch einfach, bei mir nie beendet. Okay, bei Marvin nie beendet. Wir haben es geschafft. Gut Schatzschuss. Daumen nach oben schmettern für diese richtig lustige Folge. Ich hoffe, ihr habt gut gegessen, gut getrunken, gut geduscht, gut geraucht. Was auch immer ihr macht, wenn ihr unsere Folgen schaut. Haut doch mal bitte in die Kommentare. Was genau macht ihr, wenn ihr unsere Folgen schaut. Außer, außer die Leute, die essen, weil das kennen wir schon. Außer an euch rumspielen, das wissen wir natürlich. Das sehen wir sogar. Was? Daumen nach oben schmettern, bis zum nächsten Mal, alle Gauen. Ciao, ciao.